Servus, ich bin der Ludwig vom DAKAIN Shop in Ottobrunn bei München. Heute möchte ich euch den Sentry Pack vorstellen, der der perfekte Begleiter für Uni oder jegliche Freizeitaktivitäten ist. Der DAKAIN Sentry Pack verbindet durch sein Schnallensystem und den gepolsterten Boden in Lederoptik Retro-Design mit modernen Details. Eine Tasche im oberen Bereich bietet sich ideal an, um deinen Geldbeutel sowie deine Sonnendrille zu verstauen. Um an das Hauptfach zu gelangen, öffnet man den Street Pack mit zwei Steckschnacken. Zwei seitlich angebrachte Straps geben zusätzliche Stabilität bei viel Inhalt. Mit einem extra Kordelzug gelangt man ganz einfach an seinen Stuff. Im gepolsterten Laptop-Fach findet dein 15 Zoll Notebook einen sicheren Platz. Des Weiteren spendet das Hauptfach Platz für ein School Case, Sportbekleidung, einen DIN A4 Ordner sowie Hefte und eine Brotzeitbox. An der Seite des Packs befindet sich eine Tasche, die durch Klettverschluss leicht zu öffnen ist. In dieser ist ein mit Vlies gefüttertes Handyfach. Daneben findest du noch Stauraum für beispielsweise eine Digitalkamera oder andere Kleinigkeiten. Eine zweite Seitentasche eignet sich ideal für eine Getränkedose oder den Snack für zwischendurch. Mit den gepolsterten und ergonomisch geformten Schultergürten sowie dem gepolsterten Rückenteil ist höchster Tragekomfort garantiert. Das kastenförmige Design und die schlichte Eleganz machen da kein Sentry zum alltagstauglichen Rucksack für die Uni und jede Freizeitaktivität. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Rucksack, pfiat euch und bis bald!